Bodo Kirchhoff, der Ansager einer Striptease-Nummer gibt nicht auf. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie sehen hier diesen gewöhnlichen Holzstuhl, ja? Dieser gewöhnliche Holzstuhl ist das einzige Requisit für den wohl letzten klassischen Striptease auf deutschem Boden, den anzusagen man sich nicht genieren muss. Uns alle erwartet eine Person, die es weder nötig hat, das Datum ihrer Geburt noch den eigenen Namen zu ändern, die sie getrost so nennen können, wie ihr Taufschein es vorsieht, nämlich Andrea, wobei ich mir als ständiger Begleiter auch erlaube, Andreas zu sagen. Andreas' Nummer dient einzig und allein ihrem Vergnügen, während ich einzig und allein der Verbreitung von Andreas' Ruhm diene, Diener einer Dienerin, wie es Andreas' Mutter gern ausdrückt, früher selbst in dem Beruf, eine der Großen des klassischen Striptease, Erfinderin der nackten Pietà und anderer Figuren, jetzt im Privatleben. Natürlich hat Andrea von ihr viel gelernt, zum Beispiel, dass Nacktheit das Undurchsichtigste aller Kleider sein kann, aber auch, wie man Publikum warten lässt oder auf Tics besteht. Andrea ist Vegetarierin und scheut sogar den Anblick von Fleisch jeder Art. Sitzen wir in einem belebten Café mit Fremden am Tisch, stelle ich immer wieder denselben Blick an ihr fest, mit dem sie auch Schweinerippchen, die unteren Partien gerupfter Hühner oder gewisse von den Vätern ihrer Lebensweise als besonders teuflisch eingestufte Sorten von Fett betrachtet. Wir verlassen solche Orte dann rasch, denn meine liebe Andrea bekommt Migräne, soweit sie sich ekelt. Die Attacken bekämpft sie mit Schlaf. Man muss aber wissen, dass sie überhaupt gerne schläft, sogar im Sitzen, wobei sie auf die allgemeine Sympathie für Schlafende zählt. Das hätte ich auch weglassen können, meine Damen und Herren, aber hier nur von Andreas' Hüften oder Kniekehlen zu reden, wäre doch ein bisschen wenig. Beim Striptease zieht sich nun einmal ein Mensch aus, wie sie oder sie oder ich, ganz egal. Andrea wird sich dann später jedenfalls auf diesen gewöhnlichen Stuhl hier setzen, wobei sie sich mit einer kleinen, hinreißend obszönen Bewegung unter dem Arm kratzt. Ich kann Ihnen das jetzt nicht vormachen, auch dazu gehört Übung. Oder versuchen Sie mal, sich mit einer kleinen, hinreißend obszönen Bewegung unter dem Arm zu kratzen. Scheitern werden Sie, ich verspreche es Ihnen, schon weil Sie zu schwer sind, zu alt. Älter werden heißt ja schwerer werden, so schwer, dass man schließlich im Boden versinkt. Also bitte, ich weiß ja nicht, ob Sie sich alle schon mal für einen anderen ausgezogen haben. Auf jeden Fall können Sie sich da nicht erlauben, mit hängenden Hosen oder Höschen dazustehen und erst einmal abzuwarten, bis Sie Ihr Gleichgewicht wieder haben, um dann flugs das erste Bein und dann flugs das zweite Bein herauszuziehen. Und der andere muss Sie dann vielleicht noch fangen, wenn Sie ihm laienhaft entgegentaumeln. Darum das Wort Arbeit, die man Andrea freilich nicht anmerkt. Ganz nebenbei wird Sie hier Knopf für Knopf öffnen und dem Handumdrehen fallen Sie in jenes Erstaunen aus Kinderzeiten zurück, wenn da an schwülen Nachmittagen die behaarte Cousine, meinetwegen auch ein behaarter Cousin, bei nur angelehnter Tür die Schwimmsachen auszog. Und sage mir niemand, er habe solche Stunden verborgen hinter einem Gummibaum die feuchten Händchen geballt nicht erlebt. Aufstöbern wird sie, Andrea, in Ihnen diese Stunden. Sie werden die Augen schließen und sich erinnern und dann so etwa dasitzen. Oder so. In einigen Fällen auch so. Während Andrea diesen gewöhnlichen Stuhl nachher ganz anders benutzt. Nämlich so. Die Älteren, meinen Jahrgang, werden das von einem Foto kennen. Es kam aus London und ging um die Welt. Man konnte nur vermuten, was sich hinter der Lehne verbarg. So wie Sie nur vermuten können, welches Foto ich meine. Ich kann es jetzt ja hier auch bloß andeuten. Wobei natürlich diese Zettel in meiner Hand etwas stören. Aber warum sollte ich auf sie verzichten? Der Schauspieler hat seine Soufflöse, der Ansager hat seine Zettel. Alles nur nicht stecken bleiben. Ist auch Andreas Ansicht. Ich rechne übrigens fest mit ihr. Jeden Moment jetzt, was nicht heißen muss, im nächsten. Es kann noch einige Momente dauern. Das heißt es, ja. Und bis dahin könnte ich natürlich einen Herrenwitz loswerden, wie meine Kollegen das tun. Die Zahl der taktvollen Ansager ist ja stark rückläufig. Die Kunst des Taktes stirbt, logischerweise. Und sie stirbt mit der des klassischen Stripties. Und darum kein Herrenwitz. Aber warum nicht ein Damenwitz? Andreas Mutter und ich haben einen ganzen Urlaub lang daran gebastelt. Kommt ein Mann zum Arzt. Darauf konnten wir uns bald einigen. Und muss feststellen, dass der Arzt eine Ärztin ist. Frau Doktor, erklärt der Mann also. Frau Doktor, meine Vorsteherdrüse, darauf einigten wir uns erst nach Tagen, macht mir zu schaffen. So, so, sagt die Ärztin. Und wobei? Worauf der Mann anfängt zu weinen. Das war Andreas' Idee. Ja, aber warum weinen Sie denn? Fragt die Ärztin. Haben Sie Schwierigkeiten mit dem Wasser? Der Mann schüttelt den Kopf. Oder Probleme beim Sitzen? Der Mann schüttelt den Kopf. Also Schwierigkeiten mit der Liebe? Der Mann schluchzt. Na, dann wollen wir doch mal sehen. Sagt die Ärztin. Und da war unser Urlaub zu Ende. Doch der todsichere Lacher, behauptet Mama, immer muss reifen. Wenn das hierher gehört, meine Damen und Herren, ich sollte besser beim Striptease bleiben. Noch etwas Grundsätzliches dazu sagen. Der klassische Striptease sieht ja vor, dass jemand vollständig bekleidet, also wie ich, eine Bühne betritt und vollständig unbekleidet wieder verlässt. Und was dazwischenliege, sei Geschmackssache, sagt Andreas' Mutter bei jedem unserer Besuche. Sie unterhält keinerlei Kontakt mehr zum Nachtleben, erteilt aber noch nach wie vor Ratschläge. Selbst einen Handschuh müsse man ausziehen, als komme darunter ein Knie zum Vorschein. Nach den Ratschlägen zückt sie dann die Alben. Sie und Gründgens, sie und Brecht, sie und Picasso, Madame in Hamburg, in Berlin, in Paris. Diese Besuche bei ihr stauchen uns immer ein bisschen. Ich muss Andrea und mich dann jedes Mal aufrichten. Man kann ein Knie heute nicht mehr so entblößen, sag ich, wie das noch in den 60er Jahren möglich war. Und man kann von einem bloßen Knie auch nicht mehr so viel erwarten, wie etwa noch zu Zeiten des Mauerbaus. Ließe sich sogar an meinem Knie zeigen. Bitte, warum sollte das weniger glücken als bei dem Knie, auf das Sie hier alle warten? Oder Knie mal beiseite, nehmen Sie den Nabel, sicher die originellste Stelle des Körpers. Ein Mund im Grunde, oft grässlich verknorpelt, dann wieder reizvoll verwachsen. Und doch würde niemand sagen, oh, welch schöner Damen-Nabel. So wie man sagt, oh, welch schönes Damen-Knie. Also ganz unabhängig vom Geschlecht. Mein Nabel. Und trotzdem, diese Knöpfchen hier bleiben zu. Schwer, sich damit abzufinden. Ich meine, einen Nabel zu haben, den man nicht vorzeigen darf, obgleich er vorzeigbar wäre, nur weil ein anderer Nabel sozusagen im Raum steht. Wie leicht es da der Ansager einer Pferdenummer hat, oder eines Ministers, der im Wahlkampf ausnahmsweise ein Buch in der Hand hält. Lesen Sie? Wahrscheinlich nicht, sonst säßen Sie zu Hause. Ich lese gern die Bibel oder Simone de Beauvoir. Das andere Geschlecht, kluge Frau. Mama war immer gegen Sie, wie gegen alles, was mir den Rücken stärkte. Bis heute verzeiht sie mir nicht, dass ich in den lustigen 80er Jahren mal eine Affäre hatte. Schwimmbadbekanntschaft, reinkörperlich. Doch sie trägt es mir nach. Absolution ist ja eine Erfindung der Männer, welche sie ursprünglich auf ihre Frauen anwenden wollten, bis sich Frauen dafür als vollkommen unempfänglich erwiesen. Wenn Mama nicht auf diesen Vorfall in den 80er Jahren zurückkommt, bin ich schon zufrieden. Und wenn ich es mit viel Geduld einmal schaffe, ihr am Telefon eine Reihe von Liebenswürdigkeiten abzuringen, wie zum Beispiel, so zu tun, als höre sie mir zu, oder so zu tun, als interessierten sie meine Sorgen, bin ich mehr oder weniger glücklich, was Andrea jedes Mal aufatmen lässt. Sie kommt übrigens gleich. Im Moment dürfte sie sich gerade warm machen, wie eine Sängerin sich einsinkt, bloß dass Andrea dann eben nicht singt und sie nicht mit Verlaub dazu blöd mit dem Kopf wackeln können. Sie ist dann warm, erscheint mit abgezettelten Schritten von dort, während ich mit einer Impressario-haften Handbewegung so etwa nach da verschwinde. Sie kommt und ich bin weg. Das ist der Sachverhalt. Ohne ein Wort zu verlieren, nähert sie sich nun diesem gewöhnlichen Stuhl und lässt sich schließlich darauf nieder. Ich darf das nochmal andeuten. So. Und auch alles Weitere entwickelt sich, als sei Andrea völlig allein, als säßen sie hier nur vor einem Schlüsselloch und guckten ihr beim Ausziehen zu. Genau dies ist nämlich die Kunst des klassischen Striptease, ein sich unbeobachtet Glauben glaubhaft zu machen. Darum auch die ganze Verkommenheit dessen, was heute rund um die Bahnhöfe, aber auch längst im Fernsehen gezeigt wird. Das Fernsehen ist der Totengräber der Erotik. Selbst wenn Blomberg, unser Papst, in diesen Dingen das Gegenteil sagt. Blomberg und ich gerieten darüber erst kürzlich in Streit. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Baden-Baden, großer Kursaal, die Sendung intim. Wir saßen vor laufenden Kameras, Blomberg und eine Dame aus Graz, zuständig für erotische Kunst. Dazwischen ich, stellvertretend für Andrea, die ihre Migräne bekam, und allen vis-à-vis der Herr Moderator oder Geschwätzmeister, der mit dem krummen Lächeln hier in der Ecke da, in allem einer Meinung mit Blomberg. Blomberg wie immer Anwalt des Touristen-Stripties. Pipau mit Straußenfeder, einschließlich Chanson d'Amour, ratatata. Natürlich widersprach ich dem. Zeremonie des Ausziehens, sei der Stripties. Privater Gottesdienst, ein Ritual, worauf sich Blomberg auf die Schenkel schlug. Stripties ist populär oder tot, rief er spuckend in den großen Chursaal. Und seitdem fürchten Andrea und ich jeden Abend, er könnte im Publikum sitzen, uns zusehen und dann in seiner Montagsspalte über alles herfallen. Doch bisher, toi toi toi, noch keine Spur von Blomberg. Kein Schenkelklopfen und kein ratatata. Jetzt geht mir das nicht mehr aus dem Kopf. Kennen Sie das? Dafür nun aber endlich eine Spur von Andrea, ihr unverwechselbarer Duft. Und höchste Zeit, den Stuhl zu räumen. Chanel, Nummer 19. Anfang der 80er Jahre kam Andrea auf die Idee, es zu benutzen. Vorher war in der Hinsicht überhaupt nichts zu machen. Die 70er Jahre waren ja eine Zeit, in der auch die Klügsten zu Fanatikern wurden. Andrea wehrte sich gegen Seife, während ich psychodramatische Gruppen durchlief. Immer das Gleiche. Man sollte an seine Mutter denken und Nein schreien. Es war sogar erwünscht, eigens dafür angeschafftes Mobiliar zu zerschlagen, was ich als einziger tat und wofür dann Mama aufkommen musste, woraus sie endgültig das Recht, mich anzurufen, ableitete. Jeden Sonntag ruft sie an, stets dasselbe. Wann erscheinst du mal wieder? Wann spielst du den Hamlet? Mama denkt ja, ich hätte die Schauspielschule besucht. Doch ich habe die Schauspielschule nicht einmal betreten. Ich habe Gruppen durchlaufen und Nein geschrien. Nein, aber davon will sie nichts wissen. Und so enden diese sonntäglichen Telefonate immer mit Tränen. Weshalb es kein Wunder ist, dass Andrea sich angewöhnt hat, den ganzen Sonntag zu schlafen. Und wie sie schläft, meine liebe Andrea. Das eine Bein leicht angewinkelt, liegt sie vorzugsweise auf dem Bauch, im Sommer oft nur mit einem Leibchen bekleidet, das gerade noch ein Stück ihre Schenkel bedeckt. Schenkel mit einer Haut, meine Damen und Herren, so beschaffen, dass kein Adjektiv heranreicht, man am besten nur von Haut spricht. Andreas Haut. Einem Leibchen nebenbei, das gelegentlich auch ein wenig nach oben rutscht. Über den Po. Was mich natürlich nicht kalt lässt. Besonders, wenn ich das jetzt so vor mich hinspreche. Über den Po. Oder genauso, wenn ich Schenkel sage. Ein Wort, das selbstverständlich auch keinen kalt lässt. Noch weniger, wenn man es mit einem anderen Wort verbindet. Öffnen. Und schon denken sie sonst was. Kann ich verstehen. Andrea wird sie da auch nicht enttäuschen, mit Haut und Härchen, wenn man so will. Mit Haut und Härchen wird sie sich hier gleich in den Striptease hineinknien. Aber bis es soweit ist, bleibt es bei Worten, die man nicht geringschätzen sollte. Für einen Ansager bedeuten sie alles. Die Existenzgrundlage. Also bitte, ohne ein Wort wie Haut, ja, wäre ich aufgeschmissen. Ein leises und doch reiches Wörtchen. Triumph der deutschen Sprache. Dem englischen Skin beispielsweise klar überlegen. Blomberg hat ja selbst mal als Ansager gearbeitet, zuletzt in Stuttgart ohne Erfolg. Er war nicht immer dieser Papst mit Montagsspalte. Irgendetwas zwingt mich leider, seine Spalte auch noch zu lesen. Vorigen Monat begann sie so. In den letzten Jahrzehnten ist das Interesse an Striptease-Tänzerinnen sehr zurückgegangen. Und nun ersetzen sie mal Tänzerinnen durch Hungerkünstler. Und schon sind sie bei Kafka. Blomberg klaut. Aber so ist unsere Zeit. Man kann dagegen nur anrennen. Ich renne dagegen an. Dieses Haus rennt dagegen an. Andrea rennt dagegen an. Hier, gleich an dieser Stelle, wird sie dagegen anrennen. Weiter. Der Kafka, das wissen Sie wahrscheinlich gar nicht, hat ja in Prag einmal eine Striptease-Vorstellung besucht. Jedenfalls behauptet das Andreas Mutter. Natürlich, um damit anzudeuten, wie sehr das Niveau inzwischen gesunken sei. Er, Kafka, habe angeblich in der zweiten Reihe gesessen und mit keiner Wimper gezuckt, was zu ihm passen würde. Und doch klingt es mir etwas zu schön, während Andrea keinen Moment daran zweifelt. Ständig steht sie unter diesem Druck, dass im Publikum Prominenz sitzen muss. Diese gesellschaftlichen Dinge bedeuten ja eben viel. Sie drängte mich doch nach Baden-Baden, trotz ihres Hasses auf Blomberg. Sie wollte in die Sendung. So sehr vergiftet das Fernsehen den Menschen. Andrea kann gar nicht mehr leben, ohne Beachtung. Darum wird sie auch gleich hier erscheinen. Und darum soll ich Ihnen, ehe es zu spät ist, vielleicht jetzt noch einmal rasch, mein Knie zeigen. Das heißt, nein, besser eine Brustwarze für den Anfang. Die Brustwarze hat einfach weniger von ihrem Nimbus verloren. Welche Brustwarze möchten Sie sehen? Die rechte oder die linke? Wobei es ganz willkürlich wäre zu sagen, nehmen wir die rechte, wieso nicht die linke? Die linke ist genauso interessant oder uninteressant. Ich weiß sowieso nicht, meine Damen und Herren, was an einer Brustwarze so interessant ist, ob nun an meiner oder an Andreas. Aber bitte, Andreas ist sicher auffallender, empfindlicher, sagt man jedenfalls im Allgemeinen. Nur warum sollte meine Brustwarze, ob links oder rechts, nicht ebenso auffallend, ebenso empfindlich sein, ja womöglich auffallender und empfindlicher, was natürlich zu beweisen wäre. Sehen Sie da, diese kleine, knöpfchenartige Erhebung? Wer kann denn wirklich dafür gerade stehen, dass diese kleine, knöpfchenartige Erhebung jetzt eben hier, schauen Sie, sie wird sogar etwas größer. Man kann da schon was machen, nicht wahr? Dass also diese, gar nicht so kleine, knöpfchenartige Erhebung, stellen Sie sich den abgezwickten Kopf von Gummibärchen vor, eindeutig weniger erregend sei als Andreas, die offen gesagt gar nicht viel größer und knöpfchenartiger ist. Aber das werden Sie ja gleich selbst erleben. Gummibärchen war vielleicht ein etwas schlechter Vergleich. Man muss sie auch gar nicht vergleichen. Einfach Brustwarze, fertig. Das muss man so schlucken. Da werden Sie noch viel mehr schlucken müssen. Andrea wird sie nicht schonen, kann ich versprechen. Sobald sie hier ist, demnächst auf der Bühne steht, womit ich festrechne, müssen Sie auf alles gefasst sein. Am Ende der Nummer, wenn Andrea nur noch ein Bändchen trägt und Ihnen langsam die Kehrseite zudreht, scheinbar ganz in Gedanken, etwa so ungefähr, wird eine unwiderrufliche Aufforderung an Sie ergehen, sich dieses letzte Bändchen als entfernt vorzustellen. Und das nicht nur für den Augenblick, sondern für alle Zukunft, was Sie als Tortur nicht unterschätzen sollten. Dieses Bändchen also, von dem ich ein Exemplar mitgebracht habe, hier ein Original, leicht duftend, Andrea trug es noch gestern, kündigt den Höhepunkt ihres Auftritts an. Andrea steigt dann auf diesen gewöhnlichen Holzstuhl hier und steht dort ein wenig vorgeneigt da, fast sprungbereit, könnte man sagen, auch jenes Kühne des kindlichen Skispringers im Auge, das Stückchen Todesverachtung, das man zum Striptease schon braucht und hat also bloß noch dieses Bändchen an, so, da unten herum, ich will das mal andeuten, eine Fessel, die den Po im Zaum hält, buchstäblich bändigt, wie das Zaumzeug die Stute, beziehungsweise mich, den Hengst, und alles dann ganz stramm gezogen, rotes Gitter, weiße Haut, wirkt jetzt nicht so über meiner Hose, wobei es hier dann zwischen den Backen verschwindet, gefressen sozusagen vom Hintern, ja, und vorn dann wieder rauskommt. Zack, wie eine Schlangenzunge, sagt Andreas Mutter immer, da muss man erst mal drauf kommen, eine Schlangenzunge, die sie erstarren und schließlich in Beifall ausbrechen lässt und das genau an der richtigen Stelle, wenn der Höhepunkt erreicht ist. So erwartet es Andrea und ich erwarte es auch. So, jetzt zum Beispiel.